Wenn du alles über die neue Trade Republic Karte wissen möchtest und auch selber überlegst, ob sich diese Karte vielleicht für dich lohnen könnte, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende anschauen. Denn ich werde dir alle Vorteile der Trade Republic Karte genauestens erklären und dir auch genau erklären, welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um die Bonusprogramme der Karte zu erhalten. Aber starten wir erstmal damit, was du unbedingt über die neue Trade Republic Karte wissen musst. Denn nachdem Trade Republic das Investieren in ETFs für die breite Masse einfach, günstig und schnell ermöglicht hat, möchte Trade Republic jetzt mit der neuen Karte den weiteren Vermögensaufbau unterstützen. Dabei helfen dir gerade zwei Funktionen, die ich dir gleich genauer erklären werde. Der erste Vorteil ist nämlich, dass du über die Karte 1% Saveback auf deine Kartenzahlung in einem Sparplan deiner Wahl erhältst. Außerdem kannst du durch die Roundup Einstellung, was die zweite Einstellung ist, deine Kartenzahlung aufrunden und dein Kleingeld investieren. Und das Beste dabei ist, es fällt keine monatliche Beitragsgebühr an und du kannst zudem noch mit der Trade Republic Karte weltweit über 100 Euro am Geldautomaten kostenlos abheben. Aber schauen wir uns jetzt am besten erstmal an, wie du überhaupt deine Trade Republic Karte bestellen kannst. Um die Karte zu bestellen, musst du Kunde von Trade Republic sein. Und dann kannst du dich ganz einfach, wie ich dir gleich zeigen werde, auf eine Warteliste eintragen. Dafür gehst du einfach oben rechts in dein Portfolio auf Karte. Dann wirst du weitergeleitet und du siehst hier schon Spare beim Zahlen. Dann 1% Saveback auf Zahlung erhalten. Und hier nochmal Roundup und lege das Wechselgeld an. Außerdem kannst du hier nochmal unbegrenzt an Geldautomaten weltweit über 100 Euro Geld abheben. Das wird dir hier alles nochmal gezeigt. Dann kannst du hier ganz einfach unten rechts auf Eintragen klicken und du wurdest der Warteliste hinzugefügt. Jetzt musst du nur noch abwarten, denn die Trade Republic Karte wird in den nächsten Monaten schrittweise für die Kunden freigegeben. Und falls du selber noch kein Kunde bei Trade Republic bist, dich aber für die Karte und auch allgemein ein kostenloses Depot bei Trade Republic interessierst, kannst du dich sehr gerne über den Link in meiner Videobeschreibung bei Trade Republic anmelden. Wenn du dabei auf den Link in meiner Videobeschreibung klicken würdest, würdest du meinen Kanal außerdem noch sehr unterstützen, selber allerdings keinen Cent mehr bezahlen. Außerdem gelangst du direkt zu der richtigen Seite auf Trade Republic, wo du dich anmelden kannst. Und falls du dann also ein Depot hast, die Karte beantragt hast und endlich deine Karte bestellen kannst, dann dauert es nur noch zwei bis drei Arbeitstage nach Bestellung, bis die Karte bei dir eintrifft. Die Trade Republic Karte ist außerdem eine Visa-Debitkarte und keine Kreditkarte. Das heißt, das Geld wird direkt von deinem Guthaben abgezogen. Bei der Bestellung deiner Karte hast du außerdem die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Varianten zu wählen. Die erste Variante wäre eine virtuelle Karte. Die zweite Variante eine Klassik-Karte und die dritte Variante eine Mirror Card, wie du sie auch schon in der Werbung gesehen hast. Das ist die Karte, die quasi aussieht wie ein Spiegel. Die virtuelle Karte ist dabei kostenlos. Die Classic Card kostet 5 Euro und die Mirror Card kostet 50 Euro. Aber auch wichtig zu wissen ist hier, dass die Kosten, die entstehen für die Karte, nur einmalig nach Bestellung der Karte in Rechnung gestellt werden und keine monatlichen Gebühren darstellen. Die Gebühr kann danach nämlich nur nochmal anfallen, falls du eine Erneuerung der Karte wünschst oder ein Ersatz der Karte. Und für den einen oder anderen vielleicht auch noch interessant, wenn du die Karte bestellst, fallen darüber hinaus keine Versandkosten mehr an. Und falls du dich jetzt fragst, ob du mehrere der Trade Republic Karten halten kannst, dann ist die Antwort nein. Nein, denn ein Kunde kann immer nur eine virtuelle, eine Classic oder eine Mirror Card besitzen. Nett zu wissen ist vielleicht auch noch, dass die Kosten für eine physische Karte, das heißt für die Classic oder die Mirror Card, eigentlich nur dadurch entstehen, dass die Herstellkosten gedeckt werden und das Trade Republic mit den Karten keinen Minus macht. Aber am wichtigsten zu wissen ist, dass all diese drei Karten, egal ob virtuell, Classic oder Mirror, alle dieselben Vorteile haben. Zu den Transaktionen oder Abhebungen von Geld über die Trade Republic Karte solltest du außerdem wissen, dass Trade Republic selber keine Gebühren erhebt, solange die Abhebung über 100 Euro ist. Es kann allerdings sein, dass gewisse Händler oder Geldautomaten an sich selber Gebühren berechnen. Darauf hat Trade Republic dann keinen Einfluss und diese können natürlich trotzdem anfallen. Bei Abhebung an Geldautomaten unter 100 Euro fallen dann außerdem noch mal Gebühren von Trade Republic in Höhe von einem Euro an. Das kennen wir ja schon aus der Trade Republic Fremdkostenpauschale, dieser eine Euro, der anfallen kann und auch hier, falls du halt unter 100 Euro abheben solltest, musst du halt ein Euro Gebühr zahlen. Im Alltag kannst du deine Trade Republic Karte allerdings überall dort nutzen, wo ganz normale Visa-Karten akzeptiert sind. Das heißt online, in Geschäften oder an Geldautomaten, ganz egal, solange eine Visa-Karte akzeptiert wird, wird deine Trade Republic Karte auch genommen. Du bekommst dann außerdem später auch immer eine Push-Benachrichtigung, sobald du eine Transaktion oder eine Geldabhebung über deine Trade Republic Karte getätigt hast, damit du direkt siehst, was du ausgegeben hast. Bei jeder Transaktion siehst du außerdem danach in der App, wofür das Geld abgehoben wurde. Und falls du etwas im Ausland gekauft hast, siehst du hier außerdem auch nochmal, wie der aktuelle Wechselkurs zu der Transaktion oder zu dem Transaktionszeitpunkt war, damit du genau nachvollziehen kannst, welchen Wechselkurs du da bezahlt hast. Zum Wechselkurs ist auch noch wichtig zu wissen, dass Trade Republic hier den von der Visa bereitgestellten Wechselkurs anbietet, da drüber hinaus allerdings keine zusätzlichen Bankgebühren erhebt. Das heißt, hier wird ganz fair und transparent gehandelt, wie wir es von Trade Republic kennen. Klar, der Visa-Kurs wird bereitgestellt, dieser wird angemeldet und darüber hinaus werden keine weiteren Gebühren von Trade Republic erhoben. Auch keine Volumenbeschränkungen oder Einschränkungen an Wochenenden oder Feiertagen sind hier vorgesehen. Und jetzt werde ich dir nochmal ganz genau erklären, was unter der Roundup-Funktion und der Saveback-Funktion verstanden wird, wie diese funktioniert und was du beachten musst, wenn du diese Funktion anwenden möchtest. Durch die Roundup-Funktion kannst du nämlich gleichzeitig beim Geld ausgeben, Geld in eine Aktie oder ein ETF investieren. Denn die Roundup-Funktion funktioniert so, dass du dein Wechselgeld oder ein Vielfaches von deinem Wechselgeld, wie gesagt, in eine Aktie oder ein ETF investieren kannst. Der Roundup-Betrag wird durch das Aufrunden deines Kleingelds auf den nächsten Euro bei deiner Kartenzahlung ermittelt. Das heißt, wenn du 1,50 Euro bezahlst, dann würde der Roundup-Betrag auf 2 Euro hochgehen und du würdest 50 Cent als Roundup-Betrag haben. Wenn du zum Beispiel genau 2 Euro ausgibst, dann wird der Roundup-Betrag auf 3 Euro, also auf den nächsten Euro aufgehoben und du würdest ein Restgeld von einem Euro investieren. Und wenn du dann noch mehr investieren möchtest und dich dafür entscheidest, einen Multiplikator anzuwenden, dann kannst du beispielsweise auch noch dein Geld, was du dann über diesen Roundup-Betrag zahlst, erhöhen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Multiplikator von 3 hast und einen Roundup-Betrag von 1, dann würde dieser 1 Euro 3 mal multipliziert, also auf 3 erhöht und dieser Betrag würde dann investiert werden. Du willst hier auf Trade Republic dann die Möglichkeit haben, zwischen den Multiplikatoren von 2, 3, 5 und 10 zu wählen. Das heißt, du kannst sogar ein 10-faches deines Kleingeldes investieren und das relativ passiv einfach, indem du was bezahlst. Es wird aufgerundet und dann wird der Multiplikator angewendet und du wirst dadurch passiv in Aktien und ETFs investieren können. Der Roundup-Betrag wird dann in erster Linie wöchentlich von deinem Guthaben abgezogen und kumuliert, das heißt, zusammengerechnet. Und die Funktion später, um die Roundup-Einstellung einzustellen beziehungsweise auch den Multiplikator einzustellen, wirst du unter hier oben Cash finden. Dann musst du weiter runter scrollen und hier unter Vorteile siehst du schon, dass du hier die Möglichkeit haben, wir es unter Roundup-Zahlung deine Roundup-Funktion einzustellen und auch deinen Multiplikator einzustellen. Der angesammelte Roundup-Betrag wird dann am 2.9., 16. und 23. eines jeden Monats investiert. Hierbei ist wichtig zu wissen, dass wenn die Kartentransaktion zu einem späteren Zeitpunkt storniert wird oder sich der Transaktionsbetrag ändert, der Aufrundungsbetrag, also der Roundup-Betrag, immer gleich bleibt und nicht storniert wird. Das heißt, sobald ein Roundup-Betrag vorgemerkt ist, wird er auch investiert. Auch die Saveback-Funktion soll dir weiterhin ermöglichen, Geld dabei zu verdienen, währenddessen du es ausgibst. Dabei ist es allerdings wichtig zu wissen, dass du zwar Saveback sammelt, sobald du die Karte bestellst und beginnst, Geld auszugeben. Damit der angesammelte Betrag allerdings investiert wird, musst du die Saveback-Funktion aktivieren und weitere Bedingungen erfüllen. Später musst du dann unter diesem Punkt noch einen Sparplan auswählen, in den du investieren möchtest. Und wenn du noch keinen Sparplan ausgewählt hast, in den du investieren möchtest, wirst du dann da unter der Funktion auch noch weitergeleitet und dir wird gezeigt, welchen ETF du einrichten kannst. Denn um Saveback zu erhalten, nachdem du es aktiviert hast, musst du einen Sparplan für 50 Euro für den nächsten Monat erstellen, um überhaupt Saveback zu erhalten. Um in den Folgemonaten Saveback zu erhalten, musst du auch weiterhin mindestens 50 Euro pro Kalendermonat in einen Sparplan investieren. Das kannst du über wöchentliche, zweimal im Monat oder monatliche Sparpläne machen. Dabei können die 50 Euro über mehrere Sparpläne verteilt sein. Das heißt, du kannst auch fünf Sparpläne für jeweils 10 Euro haben oder einen Sparplan für 50 Euro. Wichtig hierbei ist es allerdings, dass ein quartalsweiser Sparplan nicht unter diese Voraussetzungen fällt. Auch die Saveback-Funktion kannst du hier unter Cash, weiter unten dann unter Saveback sehen. Hier wirst du dann später alle Einstellungen tätigen können. Auch die Summe, die du in Saveback verdienen kannst, ist auf ein Maximum von 15 Euro pro Kalendermonat beschränkt. Aber sobald du die Saveback-Funktion aktiviert hast und auch die Voraussetzungen von einem ETF oder mehreren ETFs im Gesamtwert von 50 Euro jeden Monat erfüllt hast, werden 1% der Transaktionen, die mit der Karte ausgeführt werden, monatlich angesammelt und in deinen ausgewählten Sparplan investiert. Es gibt allerdings auch einige Transaktionen, welche von dem Saveback-Programm ausgeschlossen sind. Diese werde ich dir hier kurz einblenden. Wenn du dir diese genauer anschauen willst, kannst du das Video pausieren oder auch einfach auf support.traderepublic.com gehen und da die richtige Seite raussuchen, um dir da nochmal alles genau durchzulesen. Und hier nochmal kurz zur Ausführung des Sparplans für die Saveback-Aktion. Also der Betrag deines Savebacks wird am 2. des Folgemonats investiert. Vorausgesetzt, du hast die genannten Bedingungen im vorherigen Monat erfüllt. Andernfalls verfällt die Belohnung. Und falls dir dieses Video gefallen hat und vielleicht auch weitergeholfen hat, lass diesem Video sehr gerne ein Like da und abonniere auch sehr, sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, denn ich lade hier regelmäßig neue Videos zu Trade Republic hoch.